Und mit der Mond ist aufgegangen, da hinten an der Wand, melde ich mich zurück zu Let's Play GTA 4. So, ach wir haben ja eine Mitteilung, sehe ich gerade. Was? Ja, Mini, ich habe eine Sache am Laufen. Komm bei meiner Hütte vorbei. Ich habe Arbeit für dich. Dollar, 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 dollar. Iks. So, dann wollen wir doch mal gucken. 20 Minuten Laufen. Ja, war auch gerade eben gut, dass ich die Aufnahme gestoppt habe, wann es waren, nämlich 22 Minuten insgesamt. What the f? Nee, du gefällst mir nicht mehr. Klappe! Ach, nö, die schubft Wetter. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Wow, 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 wow. So, weg da. Ach, ei, 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 ei. So, jetzt müssen wir die erstmal ein bisschen loswerden hier. Ich glaube, hier geht's zu Jakob. Äh, zu Jakob, zu Playboy. Komm, jetzt auf Jakob. Nö, 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 nö. Nein, nein, nö. Nö, nö, nö. Ah, gut. wo da ist er ja schon so So, dann wollen wir noch mal gucken, was hatten der liebe Pleber vor uns. So, dann gehen wir noch mal an. Man, das ist verrückt. So, ich denke, du bist okay. Ja, okay. Aber, was für dich? Was motivert dich? Hm. Ich brauche Geld. Das Geld betrifft. Ich kann das. Ich will nicht, ob ich leben oder sterbe. Und ich bin für jemanden. Ich bin für jemanden speziell. Ja, du kannst das sagen. Also, warum musst du mich? Ich schaue immer für gute Leute. Wir bauen eine Armee. Aber in meinem Arbeit, die Leute verändern. Geld verändern. Nicht ich. Ich bin noch ein Hustler aus diesen Straßen. Und ich habe gehört, gute Dinge über dich. Okay. Aber ich sage dich. Ich bin nicht low-budget. Do I look like I live, low-budget dog? Your player. What the fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit. I don't know. Motherfucker got out? Damn. My dude! Was's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would have laid down on a party. Got some freaks out. I called. Couple of times. Man. Hey. Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Pfft. Not everything. So, hey man. Where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out. I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you're too fine. What? Your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey. Now I ain't saying that. You know what's mine's is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. Hey, you know I do anything I can. Uh. But right now, we gotta roll. Just give me one second. Ain't folk quick to forget. Hm. Some folk. Pfft. Yeah. That's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay. Dwayne. We gotta roll. Please. Make yourself at home. Hell. This is your home. Let's jet money. Motherfucker must think I'm an idiot. Tja, sieht ja wohl so aus, als wenn wir da in irgendeinen Brüderkrieg reingehen. Gut. Dann wollen wir mal. Alright. You heard of Yousef on me? Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you in here, man? So, dann versuchen wir uns mal den Verkehrsregel zu heilen. But I got an idea about how me and him were friends. So, die Motorhaube is dick. Sooo. Hier ist. Hier wird rot. Wer bin ich? Wie ich das gesetzt? Nee. Wie geht denn nun gerade aus? Wo sind wir zum Geier? Oh, passen wir da durch? Jo, wir passten da durch. Boah, die babbeln und babbeln und babbeln. Ach, schade. Was zum Geier geht hier vor? Ihr seid kein Taxi mehr. Ah, ich musste hier abbiegen. Das Auto sieht nicht gerade sehr akkurat aus. Okay, hier lang. So, steigen wir aus. Und ab in den Wagen. 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 Shit fucking call. Alter Schwede, was geht ab? Also, so viel wie ich verstanden habe, müssen wir drei Wachposten ausschalten. Ich glaube da oben sehe ich schon einen. Ja. Ja. Headshot. Das ist nur noch ein Fettfleck. So, ich glaube da oben ist auch noch einer. Ja. Ja. Schau du wo. Autsch. So und der dritte. Nach oben. Kuckuck hier unten. Kuckuck hier unten. Okay. Hä? Handgranaten. Ich habe Handgranaten. Cool. Tja. Nehmen wir am besten das. Okay. Ich glaube das wird eine blutige Angelegenheit. Oh Gott. Oh Gott. Wie komme ich denn jetzt zu diesen Waffen? Kann mir das einer mal verraten? Gefällt mir aber. Ich wollte das Scharfschützengewehr. Ich glaube. Ne. Aber es ist gut. Ja. Genau damit habe ich gerechnet. Iieieie dez concerned that. Weg mit dir! In den Arsch. Fliege in die Luft, Auto, fliege in die Luft! Fliege in die Luft! Also wenn ich du wär, ich würd an deiner Stelle da weglaufen. Wieso hat der überlebt? Hä? Okidoki. Das Wefke nehmen wir noch mit. Oh, was seh ich da, ich brauch Kohle. Ist das Kohle? Das ist keine Kohle, das sind nur Steine. Klappe! Da oben! Ok, weiter geht's. Ok, das brauch ich nicht, ich brauch was anderes. Weg mit dir! Weg mit dir! Scheiße! Scheiße! Na warte, die krieg ich auch noch. Geht doch! Geht doch! Und dich krieg ich auch noch da vorne. Gut. Haut das hin? Ach, schade. We can't get out of your business, shitbird! What the? Ah! Genau das vor! Shit-fucking-core! Egal, 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 egal! Autsch! Das geht jetzt anders, das geht echt anders, und zwar hiermit. Oh, du Kleiner! Ach! Garde schneller nach! Grat schneller nach! So, erstmal Die ganzen Vorsichtig Ah, da hinten ist noch was Munition ist immer Na, dich kriege ich Hat er einer geschossen? Nein Schauen wir mal Ah gut, er hat auch was verloren Oh Oh Nein Shit fucking Nicht noch einmal von vorne Naja, machen wir ja Damit die Aufnahme aber nicht zu lange wird Ähm Werde ich die Aufnahme erst wieder starten, wenn wir da sind Also, bis gleich